Hallo mit O, liebe Nerdlinger, der Oktober ist auch schon wieder fast rum und deswegen wisst ihr Bescheid, der Comic-Haul für diesen Monat kommt und ich zeige euch, was alles dazu gekommen ist und wir legen los. I am Nerd! Bevor wir jetzt aber mit den Sachen aus Oktober starten, muss ich leider zugeben, ich habe im letzten Haul was vergessen, denn das war in einer Shortbox drin und die hatte ich nicht in meinem Fach natürlich stehen, sondern woanders und deswegen ist sie mir beim letzten Video untergegangen. Und um das aufzuholen, zeige ich jetzt nochmal, was ich da bekommen habe. Das war eigentlich eine ganz witzige Sache, ich habe nämlich etwas getauscht gegen ein paar Manga das Ganze und ja, ich kann gar nicht genau sagen, was ich da getauscht habe, denn, äh, ja, das war schon ein ziemlicher Schnapper für mich. Es war nämlich zum einen der erstaunliche Spider-Man, ihr seht hier, ein Heft habe ich hier mal gezeigt, das erste, aber es war einfach, ich hebe es mal an, die komplette Reihe, ja, ähm, mit allen Heften, es sind, warte, lass mich mal gucken, 40 Hefte gewesen, äh, ich weiß jetzt gerade nicht, ob hier ein Special mit dabei war oder gleich bei der anderen Reihe, ich glaube, das waren hier einfach nur die 40 Hefte, das war ohne Special und, äh, dann habe ich noch etwas anderes, äh, bekommen für die Manga, die ich rausgegeben habe und, äh, den zweiten Stapel zeige ich euch jetzt. Nochmal vorweg, das ist übrigens die Reihe mit diesem Heft, was man häufig mal etwas teurer angeboten bekommt, das zum 11. September. So, dann habe ich noch Folgendes bekommen, äh, Spider-Man 111, ja, das ist die letzte Ausgabe, der, ich weiß jetzt nicht, von wann die Reihe gestartet ist, die ist auch, glaube ich, älter gewesen, 2007 oder so, ja, äh, 111 Ausgaben sind es geworden und das ist die Finalausgabe und die leitet, äh, schon die nächste Reihe ein und die habe ich nämlich auch noch bekommen, nämlich den neuen besseren Spider-Man, also den Superior Spider-Man, den habe ich ja schon gesucht. Es gibt ja auch diesen neuen Band, äh, den ich mir gekauft habe und, ja, da hatte ich ja mal gesagt, dass mir das Teil immer noch fehlt, die Reihe und, ja, dann habe ich dann glücklicherweise dieses fantastische Angebot bekommen und hab hier auch die komplette Reihe geschossen. Äh, das sind nämlich hier die 36 Hefte plus ein Special oder zwei, äh, ich habe jetzt gerade nicht alle entdecken können. Äh, eins habe ich auf jeden Fall gefunden, da geht es um die Goblin Nation. Ja, jetzt kann ich das auch endlich lesen und dann bin ich schon wieder ein bisschen glücklicher. Das eben zu Spider-Man, ja, ein kleiner Gebrauchtkauf, den wollte ich jetzt vorab nochmal zeigen, weil er halt eigentlich in den September gehörte und ich das vergessen habe. Aber jetzt kommen wir wirklich zu Oktober und da starten wir mit Rezensionsexemplaren. Zum einen Red Room Band 3 von Skinless Crow, den habe ich ja auch direkt gelesen, um die Reihe abzuschließen. Ja, das ist halt der dritte und letzte Teil von Ed Piscor, äh, der ja verstorben ist und, ja, wie gesagt, den habe ich direkt gelesen, weil, finde ich immer noch eine großartige Reihe. Gut, der hat es deshalb auch, äh, mal dann in die Top 5 für Halloween geschafft. Ja, das Video habt ihr vielleicht schon gesehen. Da habe ich die Sachen, die, die weiterlaufenden Reihen, die habe ich dann nochmal extra erwähnt. Ja, die waren jetzt nicht in den Top 5 selber mit dabei, weil ich da nur One-Shots und, äh, Nummer Einsen quasi drin hatte. Äh, aber das sollte halt auch nicht unerwähnt bleiben wie noch ein paar andere Skinless Crow-Titel. Dann hätten wir hier den Zeitreise-Thriller Time Before Time Band 2, den ersten fand ich auch ziemlich gut. Und, äh, den habe ich noch nicht gelesen, werde ich aber auf jeden Fall machen. Der kommt bald dran. Und Farmhand Band 2, ja, diesmal nicht in grün, sondern in rot, ja, mit diesem glänzenden, äh, etwas geprägten, ich weiß nicht, Foliendruck, da geht's dann weiter mit der Geschichte, muss ich auch noch lesen. Und an der Stelle muss ich natürlich auch nochmal vielen lieben Dank sagen an Skinless Crow dafür, dass sie mir, äh, trotz der aktuellen Situation weiterhin fleißig, äh, ihre Bände schicken und, äh, zur Rezension, das Ganze. Ja, ich komme natürlich leider nicht hinterher, weil ich momentan nicht viele Videos mache und auch natürlich fast nichts rezensiere. Ähm, ja, da kommen dann halt schon mal so ein paar Top 5 oder so zusammen, aber, ja, äh, ich freue mich da auf jeden Fall sehr drüber, dass ich, äh, weiterhin mit Comics versorgt werde, weil ich muss einfach sagen, also ich, ich würde die auch absolut so kaufen, ich hab's schon versucht, ja, mal selber zu kaufen von Skinless Crow, ähm, und hab ja dann zum Beispiel Killer Delphia 2 hier verschenkt, weil ich's dann nochmal zugeschickt bekommen habe, oder Killer Delphia 3, ich weiß jetzt nicht mehr, ich kann da auch der dritte Band gewesen sein. Ähm, ja, es sind einfach super nette Leute da bei dem kleinen Schweizer Verlag und, ähm, da bin ich, bin ich sehr glücklich drüber, weil die einfach ein wirklich gutes Programm haben, also die Lizenzen, die haben bisher alle wirklich ins Schwarze getroffen bei mir, ähm, also von daher, ich würde das auch bedenkenlos kaufen, das heißt, ich, dadurch, dass, dass sie's mir schicken, ähm, lasse ich natürlich nicht irgendwie meine Meinung kaufen oder so und sage deshalb, oh, das ist toll, nein, nein, ich bin da auch wirklich, äh, super überzeugt von dem Programm und, ja, das wollte ich nur nochmal anmerken an der Stelle. Weiter geht's jetzt mit Panini Comics, ja, die selbstgekauften Sachen kommen nun, da hätte ich zum einen, äh, Deadpool Nummer 8, ja, wo, äh, eigentlich wieder eine neue Serie startet, die, glaub ich, in den USA tatsächlich auch mit der Nummer 1 ist, ähm, und die wird aber einfach hier jetzt weitergemacht mit der Nummer 8, ähm, Cody Sigler schreibt das Ganze, es gibt neue Abenteuer, das schließt halt direkt an die letzte Reihe an, ja, wo Deadpool verliebt war, ich hab's auch direkt gelesen, Deadpool und Spider-Man, wenn ich die Hefte habe, die lese ich ja immer relativ sofort, 4,99 das Ganze, war auch wieder, äh, amüsant, ne, ähm, kann man dann definitiv mal machen. Dann gab's, äh, den zweiten Teil, der Greg Rocker Punisher-Reihe als Deluxe-Edition, ähm, das war ja die einzige, die mir noch gefehlt hat, ne, das waren auch, äh, vier Bände, und die hatte ich noch nicht, deswegen war ich über die Deluxe natürlich sehr erfreut, dass ich die, äh, kaufen konnte, 39 Euro und, äh, den zweiten Band muss ich noch lesen, den ersten hab ich natürlich schon gelesen, bin sehr gespannt, wie es da weitergeht, und dann bin ich wieder ein bisschen kompletter mit dem Punisher. Eines meiner Highlights im letzten Monat ist das Ding hier, ja, der David Michelin und Eric Larson, ein Omnibus, also da geht's halt um alle Sachen, die Eric Larson gezeichnet hat, David Michelin hat ja darüber hinaus noch ein paar Sachen geschrieben, auch, glaubt, mit Todd McFarlane zusammen, und dann später auch nochmal mit, äh, Mark Begley. Ich hoffe mal, dass, Mark Begley gibt's im Original auch zwei Omnibusse, die hier direkt anschließen, und ich hoffe mal, dass Panini die, die, oder einen zumindest davon, in der kommenden Halbjahresvorschau, äh, präsentieren wird und ankündigt, äh, weil das ist so quasi die Zeit gewesen, wo ich damals die Condor Comics gelesen habe, ja, das sind ja die, die sind halt damals bei Condor erschienen, die Geschichten, und das war so die Hauptzeit, wo ich, wo ich wirklich Spider-Man, äh, und Konsorten gelesen habe, ja, äh, von daher habe ich den auch in diesem Monat direkt gelesen, ja, es sind 888 Seiten, ähm, was natürlich für 125 Euro schon, äh, ein harter Preis ist, aber für mich war es auch viel Nostalgie einfach, ja, weil ich die Geschichten damals sehr mochte, ich mochte die Figuren da drin, ja, beim, äh, Crossover ohne Ende, ja, ihr seht schon hier den, den Ghost Rider, die Fackel, äh, Deathlock mit dabei, und hier hinten sieht man so angedeutet auch noch, äh, Mr. Fantastic, ähm, ich glaube, das war ein Rap-Around-Cover bei dem Ganzen, ähm, und das, die Geschichten mochte ich sehr, deswegen habe ich, habe ich es auch, äh, sehr gefeiert, das jetzt nochmal zu lesen, da sind ja die Sinister Six irgendwie mit dabei, ähm, die Geschichte fand ich großartig, da sind tolle Splash-Pages mit dabei, äh, die jeden Schurken einmal mit Spider-Man, zeigen im Kampf, und davon hatte ich eins, habe ich mir damals sogar an, äh, an meine Zimmerwand gemalt, ja, da, ähm, haben wir das Ganze auf Folie kopiert, und, äh, mein Vater hat mir noch, äh, so ein, so ein Overhead-Projektor besorgt, damit habe ich es an die Wand geworfen, hab die schwarzen Linien gezogen, hab's dann ausgemalt, alles, ähm, das war ein schönes Projekt, ähm, hatte ich sehr viel Spaß dran, und fand das auch toll an der Wand hinterher, ja, irgendwann wurde dann natürlich mal mit Farbe einfach drübergerollt, was dann ein bisschen schade war, aber okay, ähm, das ist, ist der Lauf der Dinge, könnte, könnte natürlich irgendwo noch da drunter sein, obwohl die Wohnung hat wahrscheinlich inzwischen keine Tapete mehr, ähm, ja, äh, von daher hatte ich da sehr viel Spaß dran, das zu lesen, und, äh, absolutes Highlight auf jeden Fall für mich. Bei Spider-Man geht's auch weiter mit Heft 27, es ist noch der Gang-War unterwegs, ähm, kostet 5,99 Euro, und ich hab interessanterweise festgestellt, dass, ähm, in dem Eric Larson-Omnibus, da ist eine Geschichte hinten noch drin, da sind dann nochmal so Geschichten dran, die, ähm, nicht zu der Amazing Spider-Man-Reihe gehörten, die damals hier auch veröffentlicht wurde, äh, da gab es auch schon mal in den 90ern ein Gang-War, und da ging's auch um, um Rose, ja, den Sohn von Kingpin, äh, das fand ich sehr interessant, dass, äh, Gang-War halt keine neue Thematik ist, ja, und das, das lief dann halt schon ähnlich, also dieser Wannenkrieg, den wir hier haben, der ist nicht neu, und das wusste ich bis vor ein paar Tagen nicht, ja, aber, äh, ja, den hab ich, äh, auch schon gelesen. Und die zweite Geschichte da drin, ja, die dreht sich um Mary Jane, ja, in ihrer neuen Superheldenrolle, ach, die fand ich ein bisschen noch schwächer als Spider-Man, also das war, das war so gar nichts. Weiter geht's dann mit DC von Panini, da haben wir Batman, äh, Nummer 90 für 5,99 Euro, das hab ich noch nicht gelesen, das muss jetzt erst wieder in die Lesereienfolge rein, da bin ich noch nicht mit durch. Ebenfalls für 5,99, Batman Detective Comics, Nummer 86, äh, ja, gleiches Schicksal wie Batman. Nightwing Band 2, ja, sind ja wieder bei Nummer 1 gestartet, den ersten hab ich's auch ja jetzt inzwischen gelesen, gut, der kostet 22 Euro. Ebenfalls haben wir Green Lantern Band 2, da geht's auch weiter, äh, bin mal gespannt, der erste war recht interessant, ja, äh, da ist ja Hell Jordan auf der Erde und muss da erst mal wieder zurechtkommen, weil er hat ja keinen Ring mehr gehabt, ja, war interessant und, äh, werd mal sehen, was da dann weitergeht. Jeremy Adams kann ja ein bisschen was, da, äh, hat mir der Flash eigentlich auch ganz gut gefallen. Äh, von daher bin ich auch ganz froh, dass hier nicht wieder nur ein Megaband oder so kommt in einem Jahr, sondern schon wieder Paperbacks laufen, ja, äh, kommt halt auch mit auf den Lesestapel, kostet 19 Euro. Im Black Label gab's auch noch mal was, Batman First Night, hier dieses, äh, große Album für 16 Euro. Habe ich aber noch nicht reingeschaut, ist aber auch so ein, so ein Anfangszeiten-Ding. Marvel und DC wären wir dann damit durch, das heißt, jetzt kommen noch mal andere Sachen von Panini, unter anderem eben, äh, Scott Pilgrim Band 3. Äh, Drama ohne Ende, habe ich schon gelesen, ja, weil ich, wie gesagt, ich feiere den Comic und, weil ich den Film auch großartig fand. Und hier habe ich jetzt zum ersten Mal eine etwas stärkere Abweichung, äh, vom Film feststellen können, ja, weil da sehr viel mehr Storyline drin war, als im Film dann, äh, verpackt wurde, was aber halt auch verständlich ist bei sechs Bänden, dass man das nicht in so einen anderthalb bis zwei Stunden langen Film packen kann. Hier wurde schon ziemlich gekürzt, ähm, da ist nämlich so quasi die Begegnung mit Envy drin, ja, und ihrem Bassisten, dem Todd, äh, und das ist ja eine relativ kurze Sache im Film und die dauert hier nochmal deutlich länger und das Ganze kostet 24 Euro. Ja, und etwas später gekommen ist der hier, ja, der hat sich etwas verzögert, nämlich The Witcher Band 8 ist das, ja, der kostet 15 Euro und, äh, werde ich auch lesen, weil die Reihe verfolge ich eigentlich auch ganz gerne. Es hat jetzt ein bisschen gedauert, bis der nächste gekommen ist, weil der letzte ist schon etwas her. So, äh, wird bestimmt auch wieder gut. So, und damit kommen wir jetzt noch zu Sachen, die nicht von Panini sind, äh, erstmal noch ein paar Comics und dann habe ich gleich nochmal ein paar Manga plus dann nochmal ein paar gebrauchte Sachen, aber wir starten erstmal hier mit dem Savage Dragon Heft 6 oder Magazin 6 für 9,99 Euro, wie immer. Ja, das ist jetzt das erste Ding, was keine 100 Seiten hat, das hat ein paar weniger, ähm, ich hatte gezählt, bin mir jetzt gerade nicht so sicher, 84 oder so Seiten hat's nur, also jetzt etwas dünner geworden. Mal schauen, wie es da weitergeht, ob die nächsten dann wieder dicker sind. Ja, ähm, muss ich aber tatsächlich auch noch lesen. Ähm, und dann habe ich noch ganz zufällig was gefunden, ähm, an meiner neuen Arbeitsstelle. Ja, äh, da gibt es eine Möglichkeit, auch Bücher zu kaufen und, äh, da war etwas ausgelegt, was ich dann direkt mitnehmen musste, weil es ein Comic war, weil Comics sind nicht so üblich da, äh, an der Stelle, wo ich es gefunden habe. Aber, äh, ich habe hier das gefunden. Ähm, ähm, ja, was ist eigentlich Faschismus? Ähm, das ist ein Comic von Kalle Johannsen mit Lena Berggren, die Geschichtsdozentin an der Universität in Omea ist. Äh, ich weiß nicht, ob man es Omea ausspricht, da ist so ein Punkt über dem A. Ich weiß es nicht. Ja, und da wird dann halt erklärt, was, äh, Faschismus ist. Ich habe es noch nicht gelesen, werde ich aber machen, ähm, habe ich auch erst gestern, vorgestern, vorgestern, glaube ich, gekauft. Ne, gestern. Gestern habe ich es gekauft. Ähm, und von daher werde ich da jetzt mal zügig reinschauen, aber ich denke mal, das ist ein Comic, das ist ein Thema, was mich interessiert. Und, ja, vielleicht auch für andere interessant. So, dann starten wir jetzt nochmal mit den paar Manga, die ich habe. Es ist tatsächlich nicht viel, es sind nur drei geworden. Die sind auch alle von Manga kalt. Ähm, ja, einmal Blood on the Tracks, Band 14. Äh, da geht es auch Richtung Ende. 18 Bände sind es ja, glaube ich. Äh, und da ist es auch wieder ganz wild geworden. Ja, also, äh, durchaus eine Empfehlung, wenn man Oshimi vielleicht auch mag. Eigentlich die beste Oshimi-Reihe bisher. Ähm, ja, gefällt mir schon gut. Etwas mit Potenzial, äh, ebenfalls von Oshimi. Das ist nämlich jetzt die neue Reihe, die von ihm rauskommt. Äh, Inside Mari. Das ist was ganz Verrücktes. Da geht es mal in eine etwas andere Richtung, ähm, als, äh, bisher. Ja, ähm, weil da ist nämlich, äh, ein junger Mann, der, äh, ein Mädchen mag, was er ab und zu mal im, im Supermarkt trifft. Und da wacht er dann eines Tages in ihrem Körper auf und, äh, versucht herauszufinden, wo sie wohl ist. Ja, äh, sehr interessant. Auch gar nicht, ganz, ganz unerwartet eigentlich, ne? Weil man, man wird ja erwarten, wenn, wenn ein, ein Mann im Körper einer Frau wach wird, ähm, dass der dann erst mal forscht. Und der ist, der ist halt ganz anders. Das macht er so gar nicht. Äh, ich will auch nicht zu weit drauf eingehen. Ähm, der ist da sehr vorsichtig. Und von daher ist das schon recht respektvoll insgesamt, so die Thematik. Ähm, fand ich interessant. Aber mal gucken, wie es sich weiterentwickelt. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Bände das Ganze wird. Ähm, ja, mal schauen. Aber da werde ich auch erst mal dranbleiben. Ich habe es übrigens gerade vergessen. Zwölf Euro. Und der kostet zehn Euro. Der ist ein bisschen, bisschen dünner als der Blood on the Tracks. Aber genauso groß. Dann, äh, Band drei von Juju Hakusho. Die ersten beiden fand ich schon recht gut. Ähm, unerwartet für das, für das Alter des Ganzen. Ja, es, es sieht, äh, natürlich ein bisschen altbacken aus. Aber die Geschichte finde ich ganz gut. Ja, die, äh, ist nicht so. So, so sexuell getrieben wie ein, äh, Great Teacher Onizuka oder andere Sachen aus dem, aus der Zeit. Sondern, äh, schon ein bisschen vernünftiger. Das gefällt mir ganz gut. Ähm, Raudi-Thematik auch. Äh, also hat Spaß gemacht. Und den dritten Band muss ich jetzt natürlich noch lesen. Der kostet 15 Euro. So, so, dann habe ich noch jetzt ein paar gebrauchte Sachen. Ähm, zum einen habe ich hier viel Lärm um Deadpool. Ja, ähm, da ist hinten ziemlich viel Text drin, da habe ich festgestellt. Äh, mit ein paar Bildern noch und so, ne. Da sind einige Seiten, wo dann nochmal, äh, was zu den vorhergegangenen Seiten erzählt wird. Ähm, ähm, ja, geht halt so um, um die Stücke von Shakespeare. Daran ist es ein bisschen orientiert. Ja, wir sehen hier den Hamlet, äh, vorne drauf quasi. Ich habe es aber noch nicht gelesen. Ich habe es auch getauscht. Ähm, ich habe dafür meine Deadpool-Anthologie abgegeben. Und, äh, da hoffentlich jemand glücklich mitgemacht. Ja, weil es ein für mich nicht so guter Tausch war. Aber, äh, ich fand es jetzt nicht so schlimm, weil die Anthologie, ähm, da, die brauchte ich jetzt nicht unbedingt mehr. Äh, deswegen war ich ganz froh, dass ich da den Platz, äh, bekommen habe. Und, äh, gleichzeitig noch ein, ein Deadpool-Band, der mir noch fehlte. Und den hier habe ich auch noch, äh, bekommen über Instagram. Ja, für den halben Cover-Preis quasi 15 Euro habe ich dafür bezahlt. Normal kostet es 30. Ist ein bisschen angeschlagen. Das ist aber nicht so schlimm. Also, im Regal wird man es nicht so sehen. Äh, und, ja, das gehört halt jetzt noch zur New 52 irgendwie mit dazu. Der fehlte mir noch. Da habe ich schon länger nachgeguckt. Und es war ein sehr guter Preis, ne. Von daher habe ich da nicht Nein gesagt. Und, ja, habe ich den jetzt auch. Jetzt kommt noch was recht Ungewöhnliches für mich, weil ich ja immer sage, ich, äh, kaufe nur Deutsch, ne. Und unterstützt den deutschen Markt. Ähm, habe aber jetzt tatsächlich bin ich davon mal abgewichen. Und werde vielleicht auch noch öfter davon abweichen. Aber, ähm, schon für speziellere Zwecke. Ich hatte ja zuletzt schon den, ähm, Death of Superman Omnibus, äh, gekauft. Und jetzt gab es bei Pascals Comic-Kiste, ähm, der hatte ein paar Sachen angekauft. Und da waren, äh, dann, äh, doch der ein oder andere Band dabei, die mir ins Auge gestochen sind, weil es Sachen sind, die ich auch früher sehr gefeiert habe. Äh, äh, unter anderem den ersten Band von X-Force, ja, der ist auch gebraucht. Da habe ich aber festgestellt, dass es dann ja noch ein Band 2 und ein Band 3 gibt. Ähm, die dann Deadpool und, ähm, X-Force heißen und Cable und X-Force. Das hat mir der Pascal dann nochmal gesagt. Weil ich nämlich gesucht habe nach weiteren Bänden und da nichts gefunden habe. Ähm. Die dann aber überhaupt nicht die komplette X-Force-Reihe abbilden, was ich ein bisschen schade fand, weil die Bände, die drei Omnibusse, die haben dann natürlich nochmal so ein paar andere Sachen mit drinne. Cable ist noch mit drin, äh, da habe ich aber die Reihe auch weit. Ähm, wir haben X-Faktor noch mit drinne, die ersten drei New Mutants, äh, oder die letzten drei New Mutants-Hefte, ne, wegen, äh, First Appearance von Deadpool in der Nummer 98. Ein N.U.L. ist da noch dabei, X-Men, New Warriors, und, 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 ne. Ein Spider-Man ist noch nochmal, da gab es ja am Anfang von X-Force gab es da so ein Crossover, was ich ganz furchtbar fand, weil man da die ganze Zeit, äh, querlesen musste. Ähm, das, äh, fand ich nicht gut. Ähm, ja, da ist halt noch Zusätzliches drin, aber die drei Omnibusse, die gehen nicht mal so weit, wie ich die Hefte habe, weil ich hab die damals, ähm, als US-Hefte gesammelt. Mit ein, zwei Lücken, ich glaub Heft 11 fehlte mir und Heft 37 oder so, ähm, und deswegen hab ich mir gedacht, hey cool, dann nimmst du dir die Omnibusse mit. Und, ja, äh, aber der erste, der wird gerade neu aufgelegt, der kommt jetzt im November raus. Und ich hoffe mal, dass die dann vielleicht auch noch weitermachen und dann die weiteren Sachen zu, äh, X-Force nochmal rausbringen. Weil die Serie mochte ich eigentlich sehr gerne damals und auch die New Mutants. Und den New Mutants betone ich gerade so, weil ich nämlich auch den, den ersten Omnibus, ja, der New Mutants Reihe geschossen habe beim Pascal. Ja, der, den hat er auch angekauft, deswegen konnte ich den dann auch jetzt, äh, gebraucht kaufen. Und da geht's dann wirklich vorne los, ähm, ja, zusätzlich natürlich mit X-Men Sachen. Ähm, ähm, Magic ist hier nochmal mit dabei. Was haben wir noch alles, ähm, Spider-Man ist auch nochmal irgendwas mit drin und Fantastic Four. Ja, Magic einiges. Noch mehr Spider-Man, X-Men. Ja, auf jeden Fall, äh, reichlich zu lesen. Der ist auch etwas dicker wieder als der X-Force-Band. Ja, und weil Pascal mir gesagt hat, ähm, dass der zweite auch inzwischen ausverkauft wäre, ähm, habe ich mir dann folgendes gedacht. Da habe ich mir dann nämlich gedacht, guckst du mal, ob du den noch irgendwo kriegst. Und, äh, man konnte ihn noch irgendwo kriegen, deswegen habe ich mir den dann auch direkt noch bestellt, damit ich nicht hinterher dastehe und, äh, den ersten Band habe, den dritten Band kriege. Und, äh, den zweiten Band nicht habe, ja, deswegen habe ich das dann mal so, äh, in einer Notfallaktion, wenn man von einem Notfall sprechen kann, äh, auch nochmal gemacht. Und hier ist auch halt allerhand drinnen, Spider-Man Crossover, wieder X-Men mit dabei, Fallen Angels, äh, alles Mögliche. Auch eine ganze Menge Fallen Angels dabei. Firestar auch nochmal, Powerpack sehe ich hier gerade. Ja, und, äh, und, äh, da geht's dann weiter. Ja, und, weil's dann ja noch einen Omnibus gab, der noch nicht ganz so alt ist, ja, äh, wo es dann weitergeht mit den New Mutants, habe ich mir den dritten auch noch geholt. Ja, ähm, da sind dann auch die X-Terminators mit drin, äh, Powerpack wieder, ähm, was haben wir noch? Ja, ja, ich glaub, das war's dann mit Crossovern, ach, hier unten, Marvel Superheroes, Marvel Fanfare ist noch, X-Men wieder. Ja, ähm, das ist dann der dritte, das ist so der aktuellste davon, der rausgekommen ist. Ja, jetzt hoffe ich natürlich noch auf den vierten, weil die Reihe geht hier, äh, bis Heft 85 der New Mutants, und wir wissen ja, da sind 100 rausgekommen. Ähm, die letzten drei, also 98, 99, 100 wären dann zwar in der X-Force drin, ähm, den 100, das 100ste Heft habe ich sogar so. Aber, äh, da fehlen dann natürlich trotzdem noch, äh, die Nummern 86 bis 97, was dann für einen dritten Omnibus wahrscheinlich relativ schmal wird. Ich weiß nicht, was die dann da noch mit alles reinpacken. Ich hoffe mal auf jeden Fall, dass das noch kommt, aber zumindest kann ich schon mal ganz viel New Mutants durchlesen, ne? Also bis, äh, mal schauen, vielleicht kommt ja bis dahin dann schon der nächste Omnibus, den würde ich dann auch nochmal mitnehmen. Aber, ja, ich, ich mochte halt die New Mutants auch damals sehr gerne, als die bei Condor rausgekommen sind. Die sind ja meistens im Taschenbuch rausgekommen. Ja, und ich war eigentlich großer Fan, so von, von Cannonball und Sunspot, ne? Ähm, und den ganzen anderen, die dabei waren. Ja, ja, Bum, Bum war ja hinterher bei X-Force mit dabei. Ähm, äh, das mochte ich einfach total gerne. Ja, ne, ja, und deswegen habe ich da jetzt mal zugeschlagen, obwohl ich ja eigentlich nicht so, so der US-Fan bin. Aber, sind wir mal ehrlich, das wird bei Panini nie rauskommen. Im Leben nicht. Ne, und, ähm, weil ich da eigentlich schon immer so ein bisschen drauf geschielt habe und die ganz gerne gehabt hätte. Und dann natürlich jetzt nicht unbedingt Condor-Taschenbücher nochmal in, äh, Kellerzustand mit Muff und allem. Ähm, und, ähm, verkleinert bis zum Gehtnichtmehr mit, ähm, ja, schlecht beschriebenen Sprechblasen und der Hälfte an Text eigentlich irgendwie nur da drin. Äh, weil ich die nicht haben wollte, habe ich jetzt da mal zugeschlagen. Und ich hatte die schon mal angefangen zu lesen, als ich, äh, da so ein Jahr, ähm, Marvel Unlimited hatte. Ja, die, die App, wo man dann eben, äh, online die Sachen lesen kann oder eben auf dem Tablet oder so. Also, da habe ich da schon mal mit angefangen, mit den, mit den New Mutants, weil ich die halt einfach mal komplett lesen wollte. Ja, und deswegen jetzt die Omnibus und, äh, ich glaube, da bin ich ganz glücklich mit. Die muss ich jetzt nur demnächst mal lesen. Mal gucken, vielleicht fange ich da diesen Monat mal mit an. Ich bin jetzt gerade noch dabei, Berserk zu Ende zu lesen, weil da kommt ja jetzt im November, ähm, also als Max Band ist der 21. Jahr schon raus, äh, aber jetzt im November kommt halt die ultimative Edition, die ich ja sammle. Und, äh, da will ich dann, äh, die restlichen Sachen auch noch gelesen haben, bis das soweit ist, ähm, wobei der jetzt auch sehr bald kommt. Ich bin aber jetzt quasi bei den letzten zwei, drei Bänden, dann bin ich bis 20 und dann kann ich da auch, äh, schön weiterlesen, wenn der da ist. Ja, und danach könnte ich mir tatsächlich vorstellen, mal mit den New Mutants anzufangen. Dann werde ich wahrscheinlich nicht viel lesen in diesem Monat, aber, äh, auf jeden Fall ein paar dicke Omnibusse. Tja. Und dann hoffe ich mal, dass ich da schön, schön durchkomme, aber eigentlich war das bei, bei Marvel Unlimited, lief das schon ganz gut mit dem Lesen. Also, es ist ja jetzt nicht so, dass ich kein Englisch kann, ich will einfach nur in der Regel nicht. Ähm, ja. Äh, auf Instagram kam dann viel, oh, was, bist du jetzt im, äh, im, äh, im Omnibus-Modus irgendwie oder so, im Fieber? Äh, nein, bin ich nicht, äh, weil ich kaufe ja schon seit Jahren Omnibusse, seitdem Conan quasi gestartet ist, ne? Was ja auch 2019 oder so war schon. Und seitdem kaufe ich ja immer wieder mal Omnibusse, die, die bei Panini rauskommen. Also, von daher ist das jetzt nicht, nicht was Neues für mich, aber, ja, ich hab jetzt halt mal so ein paar US-Sachen gekauft. Und, ich glaube, die Schwelle, andere Sachen da nochmal zu kaufen, die ich gerne hätte, die es aber einfach nicht nach Deutschland schaffen werden, ähm, ja. Ja, die ist, glaube ich, ein bisschen niedriger geworden damit. Und der Pascal ist auch ein sehr netter und da fahre ich jetzt immer hin. Ich hab tatsächlich schon wieder was vorbestellt, ähm, was ich dann übernächste Woche abholen werde, weil er da was angekündigt hat. Da wollen, da wollte ich dann zugreifen. Ja, und, ähm, lustig ist allerdings, dass Panini, ähm, Panini-Fanforum schon angedeutet hat oder angekündigt hat, dass jetzt in der, in der Halbjahresvorschau wahrscheinlich die Ankündigung sein wird, dass, äh, der Tod von Superman neu aufgelegt wird, den ich ja erst als dicken Brecher gekauft habe. Ja, und da bin ich aber gespannt, in welcher Form das Ganze aufgelegt wird, ja, ähm, das werden wir ja dann gegen Ende November sehen, wenn dann die Halbjahresvorschau kommt. Ähm, schön wäre natürlich einfach, wenn sie den Omnibus auch bringen würden, den müsste ich jetzt dann natürlich erstmal nicht mehr kaufen, weil ich den ja schon habe. Was ich mir aber vorstellen könnte einfach, ja, sie werden ja nicht die Paperbacks einfach neu drucken, von denen man die ersten drei halt noch kriegt, nur den vierten nicht. Ähm, was eigentlich schade ist, weil sie hätten ja einfach nur den vierten nachdrucken müssen. Ähm, aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sie nur den Tod von Superman, also den ersten Band quasi, als Deluxe nochmal auflegen. Und das fände ich, äh, sehr witzig, wenn das passieren würde. Also, merkt euch meine Worte, das könnte passieren, aber natürlich wäre es schön für den deutschen Markt, wenn, wenn die das Ding auch einfach als Omnibus dann rausbringen würden. Äh, bleiben wir gespannt, es ist jetzt noch, äh, ein knapper Monat, den wir warten müssen, dann werde ich natürlich auch wieder die Halbjahresvorschau zeigen. Ähm, ja, gut. Aber damit sind wir durch, das ist jetzt alles, was ich gekauft habe. Also, es ist natürlich jetzt, ähm, nicht wenig gewesen, weil, ne, die ganzen dicken Bänder, die jetzt dabei waren, also ich habe jetzt fünf Omnibusse gehabt, eine Deluxe-Edition. Ja, das war schon einiges, ne, aber das war okay, weil, äh, manchmal muss man sich mal was gönnen, ne? Und ich habe ja schon, schon länger nicht mehr so gegönnt, äh, ja, von daher. Ja, ansonsten, äh, wisst ihr, Abo dalassen, Glocke klicken, um über die nächsten Videos informiert zu werden und, äh, es sind Kommentare gerne gesehen, Daumen natürlich auch und, äh, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, bis dahin, ciao.